Hallo liebe Fans der Astrologie, freut euch auf einen schönen Monat mit prächtigen Liebessternen und tollen Party-Konstellationen. Es ist ein Monat, um sich neu zu verlieben und um zu heiraten, um den Urlaub zu genießen und um tolle neue Leute kennenzulernen. Auch diejenigen, die in den letzten Monaten harte Zeiten erlebt haben, zum Beispiel durch eine Trennung, dürfen jetzt aufatmen und damit rechnen, dass neue interessante Menschen ihren Weg kreuzen. Wenn ihr euch frisch verliebt habt oder etwas anderes Wichtiges anliegt, wobei ihr astrologische Unterstützung braucht, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wie ihr mich erreicht, das verlinke ich auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und weil der August so ein toller Liebesmonat ist, gibt es in meiner Verlosung ein persönliches Liebeshoroskop zu gewinnen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im Juli. Mein Astrologie-Buch mit persönlicher Widmung geht an Lalita Angelika Détier. Herzlichen Glückwunsch, Lalita. Bitte melde dich per E-Mail bei mir. Die Adresse ist unten eingeblendet, damit ich dir dein Buch zuschicken kann. Und jetzt wollen wir uns die Konstellationen für den August anschauen. Schon der Neumond am 1. August im Löwen erzählt uns, dass es ein Monat der Romantik, der Liebe und der Lust wird, aber auch um Spaß zu haben, zu feiern, mit tollen Leuten zusammenzukommen, auf der Bühne zu stehen oder im Urlaub kreativ zu sein und Sport zu treiben. Und all das mit einem Hauch von Abenteuer. Denn der Neumond steht in Verbindung mit den Liebesplaneten Venus Mars und Überraschungsplanet Uranus. Das kann dazu führen, dass es in der Liebe und beim Geld zu Komplikationen kommt, aber es mangelt uns nicht an Attraktivität und Charisma. Stellt euch eine Party vor, bei der alle toll aussehen und sich ein bisschen verrückt benehmen. Für Singles ist es eine tolle Zeit, um einen neuen Flirt zu beginnen. Aber weil der Uranus eben mitmischt, ist nicht sicher, ob daraus was längerfristiges werden kann. Denn man fühlt sich gerade zu den Leuten hingezogen, die ganz anders sind als man selbst und wo sich dann herausstellen kann, dass es nicht wirklich eine Grundlage für eine solide Beziehung gibt. Hier haben wir also wieder mal einen Anlass, die 90-Tage-Regel anzuwenden und sich nicht gleich Hals über Kopf in eine neue Bindung hineinzustürzen oder Verpflichtungen einzugehen, sondern lieber erst mal abzuwarten, ob die Sache auf Dauer Bestand hat. Freundschaften und bestehende Beziehungen, die glücklich und solide sind, werden aber von diesen Konstellationen profitieren. Ob ihr mit netten Leuten oder eurem Schatz oder der Familie in Urlaub fahrt oder ob ihr tolle Partys feiert, Ausgelassenheit und Spaß sind garantiert. Aus eigener Anschauung kann ich euch sagen, dass dieser Uranus-Aspekt auch mit organisatorischen Ungereimtheiten einhergehen kann, sodass man sich kurzfristig noch auf was Neues einstellen muss. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Mein Vermieter, den ihr schon aus dem Neumond-Talk mit der Sonnenfinsternis kennt, hat mir in Aussicht gestellt, dass er in der Zeit zwischen dem 5. und 9. August noch eine Baumaßnahme an meiner Terrasse durchführen lassen will. Und das, obwohl ich ihm erklärt habe, dass ich dann Gäste habe und mir das überhaupt nicht passt. Das ist sicherlich ein störender und ärgerlicher Einfluss, aber den Spaß, den ich mit meinen Freunden haben werde, wird es letztlich nicht trüben können. Also so müsst ihr euch das vorstellen mit dem Uranus-Aspekt. Und der klingt dann zum 8. August hin wieder ab und dann haben wir die besten Tage des Monats, um nicht zu sagen des ganzen Jahres. Die Sonne und die Venus im Löwen werden sich mit Jupiter im Schützen verbinden. Und dazu geht auch noch der Mond durch den Schützen. Und zwar vom Donnerstag gegen 23 Uhr bis Sonntag gegen 5 Uhr morgens. Das ist ein ideales Wochenende zum Heiraten. Diese Konstellation habe ich mir auch selbst zum Heiraten ausgesucht. Mein Herz aller Liebster ist ja der amerikanische Astrologe Ray Merriman. Also zwei Astrologen, die heiraten. Da könnt ihr euch auch vorstellen, dass wir für unsere Hochzeitsparty die besten Sterne ausgetüftelt haben, die wir kriegen konnten. Wir werden mit unseren Freunden auf einem Partyboot auf dem Rhein nach allen Regeln der Kunst feiern. Das passt auch zu Jupiter im Schützen, denn da werden Leute aus aller Welt zusammenkommen, die wir im Laufe der Jahre kennengelernt haben und natürlich auch unsere Familien. Außerdem wird der Mondknoten im Krebs über meinen Aszendenten laufen. Und Mondknoten auf dem Aszendenten, das ist eine tolle Konstellation zum Heiraten oder um einen Seelenpartner zu treffen. Im Moment läuft der Mondknoten im Krebs durch die zweite Dekade des Krebses und dann noch durch die erste. Der läuft ja rückwärts. Und das muss aber auch nicht ganz haargenau sein, weil die Mondknotenberührungen, die haben immer einen langen zeitlichen Orbis von plus minus neun Monaten. Und dann gibt es noch eine Glückskonstellation für alle. Der Jupiter wird am 11. August nach vier Monaten Rückläufigkeit wieder direktläufig und entfaltet dadurch im August eine ganz besondere Kraft. Das Ganze passiert auf 15 Grad im Schützen, also das ist die energetische Mitte des Schützezeichens, was die Jupiterkräfte noch mehr verstärkt. Wer in den letzten Monaten das Gefühl hatte, dass sich sein Glück ein bisschen zurückgezogen hat, darf sich jetzt freuen, dass sich vieles wieder zum Guten wendet. Auch Uranus wird im August fast zeitgleich die Richtung wechseln. Er wird am 12. August rückläufig, wodurch auch seine Kräfte verstärkt werden. Es gibt also vom 8. bis zum 14. August eine Phase, in der sich die Kräfte von Jupiter und Uranus gegenseitig verstärken, mit Höhepunkt eben an diesem Wochenende am Samstag, den 10., wenn auch noch der Mond im Schützen steht. Am 11. August passiert aber noch was, da wandert dann der Merkur, nachdem er nochmal eine Rückwärtsschleife zurück in den Krebs gemacht hatte, wieder ins Zeichen Löwe. Und mit diesen Konstellationen kann man auf einen Schlag viele tolle neue Leute kennenlernen. Und sie bietet die Chance, in kurzer Zeit viel Geld zu machen. An dem Wochenende könnt ihr also auch mal Lotto spielen oder, wenn ihr es euch leisten könnt und was davon versteht, schlau spekulieren. Ein abenteuerlicher und aufregender Aspekt ist das. Ich hoffe, ihr könnt ihn alle genießen. Die Sterne sind auch toll für alle, die eine schöne Reise geplant haben. Je weiter oder neuer das Ziel, desto besser. Ich denke, dass die Kombination von Uranus und Jupiter sehr gut funktioniert, auch wenn Uranus rückläufig wird. Was man vielleicht beherzigen sollte, ist, dass man vor lauter Aufregung über alles, was neu und aufregend ist, nicht das Bestehende, was solide ist und sich bewährt hat, vernachlässigt. Wenn wir unseren guten alten Freunden übermäßig viel von aufregenden neuen Leuten vorschwärmen, könnten sie sich ausgeschlossen oder zurückgesetzt fühlen. Da sollten wir ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen. Noch ein Wort zum rückläufigen Uranus. Wenn die äußeren Planeten, also Uranus, Neptun und Pluto, rückläufig werden, dann hat das nicht unbedingt eine starke Auswirkung auf unser persönliches Leben, sondern zeigt sich eher auf der gesellschaftlichen Ebene. Im Fall von Uranus wahrscheinlich in Wissenschaft und Technik. Es könnte in den kommenden Monaten zum Beispiel Entdeckungen geben, die auf Forschungen beruhen, die man schon mal angefangen hatte und bei denen man nicht weitergekommen war. Rückläufigkeit heißt ja immer, dass Dinge revidiert werden oder dass man bestimmte Vorgänge noch mal neu aufrollt, weil man erkennt, dass man noch nicht alle nötigen Informationen hatte. Oder eben, dass man nun endlich etwas erforschen kann, was bisher nicht möglich war, weil die Technik dafür noch gar nicht zur Verfügung stand. Zum Beispiel eine neue Raumsonde, durch die bisher bekannte Informationen über bestimmte Himmelskörper auf den Kopf gestellt werden. Und so war es eben auch, als Uranus entdeckt wurde. Denn damals glaubte man noch, dass Saturn der äußerste Planet im Sonnensystem war. Die Entdeckung von Uranus ging damit einher, dass man nicht nur einen neuen Planeten entdeckt hat, sondern dass damit auch auf einen Schlag klar wurde, dass unser Sonnensystem mehr als doppelt so groß ist, wie vorher gedacht, weil Uranus von Saturn enorm weit weg ist. Das war eine plötzliche und weitreichende Bewusstseinserweiterung, wie sie typisch für Uranus ist. Auch politisch kann die Rückläufigkeit von Uranus Auswirkungen haben, indem zum Beispiel in bestimmten Gesellschaften Fortschritte in der Freiheit des Einzelnen wieder rückgängig gemacht werden. Aber ich schweife ab, zurück zu den Konstellationen im August. Am Donnerstag, den 15. August, haben wir den Vollmond auf der Achse Löwe-Wassermann. Und der bildet einen weiteren Höhepunkt der guten Schwingungen. Freundschaft, Liebe, Party ohne Ende. Übrigens haben wir bei den Mondphasen im August auch sehr interessante Aspekte mit Chiron, unserem inneren Heiler. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video über den Mondzyklus, sobald es online ist. Bei diesem Vollmond gibt es wieder eine Besonderheit. Die Sonne steht in einer so engen Verbindung mit der Venus, dass die Venus in der klassischen Astrologie als verbrannt gilt. Im Zusammenhang mit den schönen Sternen im August halte ich das ehrlich gesagt nicht für ein Problem. Vielleicht neigen wir zum Übertreiben und sind beim Flirten und in der Liebe ein wenig zu feurig und zu heftig. Aber es ist auf jeden Fall besser als ein Aspekt mit Saturn und Pluto oder was ähnliches. Ist doch schön, wenn es in der Liebe heiß hergeht. Wir können uns ja gerne mal im nächsten Livestream darüber unterhalten, wie ihr das erlebt habt. Und wann mein nächster Livestream stattfindet, erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Am 18. August fängt die Energie an, sich zu verändern. Als erstes geht der Mars in die Jungfrau. Das ist natürlich eine spürbare Abkühlung gegenüber Mars im Löwen. Und wir können ja mal beobachten, ob in diesen Tagen vielleicht auch das Wetter umschlägt. Auf jeden Fall befindet sich der Mars dann in einem Ehrzeichen. Und ich persönlich finde diese Maßstellung gar nicht so schlecht. Jedenfalls arbeite ich sehr gerne mit Leuten zusammen, die den Mars in der Jungfrau haben. Die sind immer sehr tüchtig, effizient, immer zuverlässig, vergessen nie ihre Deadlines und alles läuft wie am Schnürchen. Deswegen denke ich, der Mars in der Jungfrau wird uns eine produktive Phase von sechs Wochen bescheren. Allerdings bildet er im September ein paar problematische Aspekte mit Neptun. Aber jetzt im August ist alles noch ganz dufte, besonders weil auch die Venus am 21. in die Jungfrau geht und die Liebesplaneten sind dann wieder vereint. Am 23. August um genau 12.02 Uhr geht dann auch die Sonne in die Jungfrau und dann beginnt die Jungfrausaison. Und das ist ja immer eine emsige und produktive Phase. Jetzt im August ist aber erst mal noch die Liebe groß geschrieben. Denn am 25. August verbinden sich Venus und Mars ganz eng miteinander und das Ganze in Harmonie zu Uranus. Das ist die Zeit, wo aus einem Strohfeuer der Liebe ein produktives und kontrollierbares Feuerchen werden kann, das lange wärmt. Die Jungfrau ist ein Ehrzeichen und bringt Vernunft und Realitätssinn in unsere Verliebtheitsgefühle. Und das kann der Sache ganz gut tun. Gleichzeitig der schöne Aspekt zu Uranus, das zeigt, dass wir das Leben weiterhin aufregend und spannend und lustvoll finden. Und es liegt so viel Liebe und Knistern in der Luft, dass auch ohne Urlaubsstimmung und Partys die Lust zum Flirten ungebrochen ist. Die Liebe kann nun auch im Büro aufblühen. Dabei müssen wir uns allerdings an bestehende Regeln halten, sonst kann es da im September ein Skandälchen geben. Darauf gehe ich aber dann in dem Video für den September ein. Übrigens ist der gesamte August auch sehr schön, also nicht nur sehr schön für die Lust und die Liebe, sondern die Sterne stehen auch äußerst fruchtbar. Wer also einen Kinderwunsch hat, sollte sich ausgiebig Zeit für die Liebe nehmen. Wer jetzt nicht Mama oder Papa werden will, sollte besonders sorgfältig mit der Verhütung umgehen. Übrigens sind diese Planeten in der Jungfrau auch genial für alle, die gerne Gärtnern oder Tiere züchten, denn ihre Lieblinge werden sich fleißig vermehren. Am 30. August ist der nächste Neumond. Noch ein Grund, warum dieser August etwas Besonderes ist, weil er nämlich zwei Neumonde in sich trägt. Und dieser Neumond findet dann in der Jungfrau statt und gibt die kosmischen Themen für den September vor. Mehr darüber erfahrt ihr dann in den Videos für den September, die um den 20. August rum online gehen werden. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im August und wie sie sich für die einzelnen Sternzeichen auswirken, das könnt ihr euch in dem langen Video Bezaubernder August für die 12 Sternzeichen anschauen, sobald es online ist. Und jetzt habe ich noch meinen Serviceteil mit den Infos oder Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder mein Kundentelefon kontaktieren. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal ist am Mittwoch, den 31. Juli um 21 Uhr. Das ist der Talk zum Neumond am 1. August. Danach gibt es eine kurze Sommerpause und dann geht es weiter mit dem Neumond-Talk am 29. August. Während wir auf Sendung sind, verlose ich jeweils eine 15-minütige Live-Beratung. Wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch bitte mit einer E-Mail an und die Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage und unten in der Videobeschreibung. Auf vielfachen Wunsch werde ich mein Webinar über die Transite der Lilith nochmal wiederholen. In diesem Webinar erfahrt ihr, welche Seelenkräfte durch die Begegnung mit Lilith in unserem Horoskop geweckt werden und wie wir damit umgehen können. Der Termin ist am 27. August um 19 Uhr und die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und einen Link zum Webinar setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Weil der August so ein toller Liebesmonat ist, verlose ich nochmal ein schriftliches Partnerhoroskop als PDF. Darin könnt ihr die Deutung der wichtigsten Aspekte zwischen euch und eurem Herzensmenschen nachlesen. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und einfach hier klicken, dann ist der Kanal abonniert. Zum Schluss möchte ich euch noch diese Videospecials empfehlen. Loslassen und befreien über Lilith in den Fischen. Finde deine Heimat. Da geht es um die Karma-Konstellation mit dem Mundknoten im Krebs und über Chiron, den inneren Heiler. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.